Du bist auf der Suche nach Motivation fürs Abitur, dann hör dir das jetzt an. Weil ganz ehrlich, ganz ehrlich, hast du einfach schon mal die Frage gestellt, wer du im Leben sein möchtest. Wirklich einfach, wer du sein möchtest. Ja, es geht nicht immer im Leben nur darum, was du erreichst, was du tust, sondern wirklich, wer möchtest du sein. Möchtest du eine Person sein, die sagen kann, hey, ich habe wirklich alles aus meinem Leben gemacht. Die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, die habe ich auch wirklich durchgezogen. Und im Endeffekt habe ich die Dinge erreicht, die ich immer erreichen wollte. Oder willst du eine Person sein, die sagen muss, ja, das Leben ist eigentlich nur an mir vorbeigezogen. Ich habe mir zwar ab und zu mal so ein paar Dinge überlegt, dass ich das ja machen könnte. Aber so wirklich in voller Konsequenz habe ich es nie gemacht. Und schlussendlich muss ich sagen, eigentlich bin ich nicht zufrieden mit meinem Leben. Und genau diese Entscheidung musst du treffen. Weil ganz ehrlich, wenn du kurz vor dem Abitur stehst, dann ist das die allererste richtig große Sache, wo sich entscheiden wird, welche von diesen beiden Personen du sein wirst. Denn ich sage dir eins, so wie du dein Abitur angehst, genauso wirst du auch dein weiteres Leben angehen. So wie du eine Sache machst, machst du alle Sachen im Leben. Und deswegen, wenn du gerade an deinem Schreibtisch sitzt und du dir denkst, ich habe keinen Bock mehr zu lernen. Ich habe mir zwar dieses Notenziel vorgenommen, aber ich weiß nicht, ob ich das noch schaffen kann. Irgendwie fühle ich mich so unsicher. Ich lerne schon so viel und ich habe keinen Bock mehr. Und ich bin mir nicht mehr sicher, was ich genau machen soll. Ich war da auch. Ich war da auch. Ich wollte auch eins kommen, 0 in Abiturprüfung schaffen. Ich habe auch viel gelernt. Ich weiß, dass es anstrengend ist. Ich weiß, dass es Phasen gibt, wo du mal eine Aufgabe nicht verstehst und denkst, du checkst es sowieso nicht mehr. Wo du verzweifelt bist. Wo du auch einfach keinen Bock mehr und keine Energie mehr hast zu lernen. Aber die Frage ist doch, wer möchtest du sein? Wer möchtest du sein? Stell dir mal wirklich die Frage. Ich habe mir das in meiner Abiturvorbereitung die ganze Zeit gestellt. Wer möchte ich sein? Wer möchte ich sein? Wer möchte ich sein? Und ich habe jedes Mal wieder die Entscheidung getroffen, dass ich die Person sein möchte, die Gas gibt. Die, was aus ihrem Leben macht. Die das, was sie sich vornimmt, wirklich auch einhält. Noch nicht mal anderen gegenüber. Das ist einfach mir selbst gegenüber. Damit ich am Ende den Notenschnitt habe. Damit ich damit das studieren kann, was ich möchte. Damit ich nach dem Abitur alle Freiheiten habe. Damit ich sagen kann, ich bin stolz auf mich. Und damit auch die anderen Leute dann sagen können und einfach merken, hey, der hat wirklich was gemacht. Der hat Gas gegeben. Der hat es sich wirklich selbst auch einfach gezeigt. Und der startet in seinem Leben durch. Und das ist das, was ich haben wollte. Und deswegen habe ich auch meine 1.0 Abiturprüfungen geschafft. Weil ich es einfach durchgezogen habe. Aber es ist nicht einfach. Und ich wusste davor auch nicht all die Sachen, die ich jetzt als Abiturcoach weiß. Du musst nicht alles wissen. Du kannst in unser Coachingprogramm kommen, dann weißt du alles. Aber du musst nicht alles wissen. Was du musst, ist 100% zu gehen. Niemand, der ins Abitur geht, ist schon Profi darin. Du machst es zum ersten Mal. Und es ist vollkommen normal, dass sich dein Lernplan mal verschiebt. Es ist vollkommen normal, dass du Schwäche phasen hast. Es ist vollkommen normal, dass du aufgeregt bist. Du darfst dich nur von all diesen Dingen nicht aufhalten lassen. Das ist das Entscheidende. Meinst du, ich hatte das Gefühl, ich bin perfekt vorbereitet für meine Abiturprüfungen? Überhaupt nicht. Habe ich trotzdem 1.0 geschrieben? Ja. Warum? Weil ich an mich geglaubt habe. Weil ich wusste, wer ich sein möchte. Und weil ich wusste, dass es es wert ist. Weil ich wusste, dass ich ein großes Ziel habe. Und weil ich wusste, dass dieses Ziel mir alle Türen im Leben öffnen wird. Und deswegen, deswegen habe ich es gemacht. Und deswegen habe ich auch mein Ziel erreicht. Die Frage ist einfach nur, bist du selbst bereit dafür? Weil, ganz ehrlich, das Abitur ist nicht leicht, aber es ist simpel. Du hast einfach deine Fächer. Du weißt ganz genau, was du zu lernen hast. Das musst du einfach lernen. Und die Frage ist einfach nur, tust du es? Tust du es oder tust du es nicht? Wenn du es tust, wirst du genau die Person sein, die du immer sein möchtest. Und wenn du es nicht tust, wirst du dein Leben einfach an dir vorbeiziehen lassen. Das ist so. Und da kannst du dir Videos anschauen. Da kannst du mit anderen drüber reden. Am Ende des Tages musst du es selbst für dich wissen. Und ganz ehrlich, wenn dir das Abitur nicht wichtig ist, dann mach es nicht. Dann musst du auch nichts lernen. Dann komm nur irgendwie durch. Das Auffolge kommt, okay. Du musst es ja nicht machen. Aber wenn du für dich sagst, du willst das Maximum rausholen, dann musst du auch jetzt bereit dafür sein, den Preis zu sein. Dann musst du jetzt bereit dafür sein, auch dann mal weiterzumachen, wenn alle anderen aufhören. Dann musst du auch jetzt mal bereit dazu sein, auch einfach Dinge mal durchzuziehen. Auch mal neue Dinge zu machen. Wenn du bisher immer so gelernt hast und du gemerkt hast, das überhaupt nicht funktioniert, dir einfach mal unser Video zur AI-Methode anschauen. Verlinke ich euch hier. Schaut es an. Lernt auf die richtige Art und Weise. Du musst neue Dinge annehmen können. Du musst einfach alles, was du brauchst, dir aneignen. Das bedeutet, du musst auf der einen Seite 100% geben von dir selbst aus, auch wenn du das Gefühl hast, es läuft noch nicht perfekt. Und gleichzeitig eignen dir über diese Videos, über Sachen, die im Internet stehen, über unser Coaching-Programm, die Informationen an, die du brauchst, um wirklich im Abitur perfekt zu performen. Weil du dann sagen kannst, ey, ich habe es wirklich durchgezogen. Deswegen bleib dran, bleib dran, bleib dran. Und ziehe jetzt am Ende nochmal richtig durch. Ich glaube an dich. Ich will wissen, was die fuck ist ein T? Nobody gonna work harder than me. Especially if it's my dream. I can't let none of these looks intervene. No, my city's blessings I can't even see. Präin' that I get to breathe, yeah.